Ich programmiere Web-Anwendungen. Das verschlägt mich zu der Bundesbank als jemand, der IT-affin ist. Ich denke, einfach die Chance auch selber IT-Programme zu schaffen und selbst programmieren zu können, dass man quasi vor Probleme gestellt wird und die selber lösen darf. Es ist ein fairer Arbeitgeber. Man hat wirklich die Chance als kleiner Mitarbeiter auch am Verwandlungsprozess teilzunehmen und auch seine Ideen einzubringen. Und die Möglichkeiten, die Bundesbank auch noch bietet, sind halt ein gutes Freizeitprogramm und Work-Life-Balance, was man dann auch tatsächlich mit seinen Kollegen gerne machen würde.